Rentner, aufgepasst! Im Monat Februar wird die gesetzliche Rente später überwiesen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Jahr 2024 bringt ja wirklich einige Überraschungen und eine ganz besondere Überraschung ist, dass der Februar 2024 nicht 28 Tage hat, sondern 29 Tage. Das heißt also, dass im Monat Februar 2024 hier ein sogenanntes Schaltjahr ist oder 2024 ein Schaltjahr ist. Das wirkt sich so aus, dass der Monat Februar nicht 28 Tage hat, sondern 29 Tage. Und üblicherweise ist es ja so, dass der Monat Februar letzten Endes dann, wenn der 28. ein Bankarbeitstag wäre, genau an diesem letzten Tag, an diesem letzten Bankarbeitstag, der 28. dann die Auszahlung zu erfolgen hat. Und der Monat Februar ist mit 29 Tagen quasi ein Tag länger. Deshalb gibt es die Rentenleistung tatsächlich auch für einen Tag später ausgezahlt. Denn der 29.02.2024 ist der letzte Bankarbeitstag. Er fällt weder auf einen Samstag noch auf einen Sonntag, sondern er ist der letzte Bankarbeitstag. Und genau an diesem Tag bekommen Sie alle Ihre Renten ausgezahlt. Also quasi in diesem Monat, in diesem speziellen Monat, ein Tag später. Darauf müssen Sie sich bitte einrichten. Nicht, dass Sie sich wundern und denken, die Rente wird am 28.02.2024 ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel